Grüner wird's nicht? Doch. Achso, ja dann. Fahr doch jetzt. Darf ich nicht. Es ist grün, wartest du auf rot oder was? Nein, wieso sollt ihr auf rot warten? Das macht doch gar keinen Sinn. Worauf wartest du dann? Hä? Auf richtig grün. Was? Das haben die letzten so eingeführt. Hab ich auch gemacht, aber über was redest du? Du hältst erstmal deine Schnauze. Ich rede natürlich von richtig grün. Was das denn? Ja, grüner als grün. Ah ja, das gibt's nicht. Fahr jetzt los. Das ist nicht erlaubt. Nein, du laberst scheiße. Hubt jemand? Nein. Guck. Aber es ist auch keiner hinter uns. Oh ja, du hast recht. Warum fährst du eigentlich? Weil du noch keinen Führerschein hast. Ich bin ja auch nicht hit. Diesen Namen möchte ich unter diesem Dach nicht hören. Sorry. Nee, bist du nicht. Das stimmt. Aber warum erwähnst du den, wenn es um den Führerschein geht? Oh, scheiße, jetzt hab ich's verstanden. Lol. Was soll ich denn sonst meinen? Ja, ich hab vorhin Autoführerschein gesprochen. Achso, Schein in dem Sinne. Ja, das richtig. Den hab ich nicht. Ja, deswegen fahr ich. Aber du hast ihn auch nicht. Wir sind beide zu jung. Hä, jung? Nein, vom Alter her. Alter, du hast recht. Ja, hab ich noch. Okay, naja, das freut mich. Mich auch. Also wir dürfen beide nicht fahren. Aber jetzt sitzen wir so, dass ich da sitze, wo der Führer sitzt. Also wenn wir jetzt in England werden, dürfst du fahren. Aber wir sind nie in England. Hm, ja stimmt. Dann machst du nix. Kannst du wohl nicht so oft fahren. Wie lange brauchen diese Scheißampel, um umzuschalten, Mann? Keine Ahnung. Die ist natürlich schon länger auf grün. Wie sieht denn dieses Ultragrün aus? Meinst du richtig grün? Ja. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja schon richtig grün, aber du merkst es nicht. Hm, könnte sogar sein. Aber wenn jemand kommt und hupt, wissen wir ja Bescheid. Du willst jetzt so lange hier warten? Kann doch nicht so lange dauern. Hm, oder wenn ich wieder rot wird und dann grün, müssen wir aufpassen. Hm, das könnte auch funktionieren. Ja, dann warten wir jetzt. Worüber reden wir jetzt? Nix. Okay. Da, er hat gehupt. Das hab ich auch gehört. Dann fahr doch jetzt. Nein, nein, das war kein Fahrdudrechselpupen. Das wäre ein, ähm, der Koffer hat was auf. Was? Sicher? Ja. Gut, dass ich den von hier zumachen kann, ne? Das ist natürlich nice, aber ich seh keine Bewegung. Ja, so bin ich gerade zu faul. Stell dir das einfach mal vor. Okay. Danke. Weißt du, so ein Luxushammer hier nicht. Hm, ja. Ist er nicht der von hinter uns? Hm, kann sein. War anscheinend auf der falschen Spur. Ne, der biegt der Barat falsch ab. Da, wo wir auch abbiegen wollen. Hm, ah, der ist wohl eilig. Das kann natürlich sein. Die Drecksampel hat immer noch nicht umgestaltet. Hm, das war jetzt schon ziemlich lange auf grün. Vielleicht ist die kaputt? Das ist nicht so stark. Nicht so stark? Ne, nicht so stark. Ja, nicht so stark. Nicht so stark. Also, wenn die Ampel kaputt ist, würde ich sagen, können wir fahren. Das reimt sich, lol. Ne. Okay, sorry. Aber ein bisschen. Okay, aber kannst du jetzt endlich fahren? Hm, okay.